jetzt brauchen noch acht matches dann bin ich eingeregt bis aber oder 4 ja stimmt so eng muss auch nicht immer sein so lange die ideenphase klatsch es klatscht gleich naja es klatscht gleich zufällig um ac saft und er spielt mein lieblings charakter die schwab passt ja die ist ja auch so märz ich finde gerade noch nicht ein diese diese hütte da im schnee alle genau das kann ich auch nicht schlafzimmer oder was im keller ist keine eine welke kem auf jeden fall am treppenhaus ziemlich am eingang ich bin gemossied worden hat eine bombe lokalisiert fünf sekunden ich sage die dritte fängt hauptangang wird abgesaved von jemandem ab jetzt ja da ist jemand und jetzt nicht mehr ist weggegangen oben drin ist auf jeden fall jemand das war gegenüber von dem schrank erschreckt mich doch nicht so ja habe ich schwarzes auge zerstört da bin ich es ja gott ja Ich habe ein Trattierung verloren. Halt die Sprechstur. Es geht erst plötzlich. Das ist immer ein Trattier. Wir sollten uns langsam beeilen. Das ist immer ein Trattier. Die Trattier sind eliminiert. Fast. Danke. Danke. Ich war einfach nur da. Ja. Reicht ja. Ja, sagen wir mal. Nein. Wer jetzt? Du. Die Stachelgranate. Ja. Die kann uns eh nicht wehtun. Nur den anderen. Ja klar. Mach doch mal die Fliege. Nö. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Markus, welches Level hast du jetzt mittlerweile? Was? Hechi. 46. Ich bin schon wieder oben. Ich bin schon wieder oben. Ich bin immer sieht worden. Das war anscheinend immerhin so auf der web, dass die alle mal oben in diesen komischen wachst. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder nur. Hei. 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 Ich krieg dann auf die Fresse. Ja, die Kamera ist draußen noch an wahrscheinlich. Das habe ich gar nicht. Ja. sagst du das war die mira ach so ich bin bei dem anderen vergabt auf der treppe sitzt die mozzi es hält auf jeden fall mal den hauptangang ab wie gesagt da sitzt nämlich jemand weil sie quasi war marcus im rücken hauptangang bei der treppe da hat sie mich weggeholt ich glaube ich habe ein neues spielzeug gefunden er ist orangensaft ursa stimmt es gibt schönere sachen die die nase reifen können ich hatte ich den raum sie motzen sie mozarella 10 sekunden bis zum einsatz einsatz in fünf sekunden rück zur bombe vor und entschärfen sie jetzt geht es ja 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 das wäre fettler dürfte offen sein dann sind raus schießen so dann machen wir mal so ein stachlicht da unten ok so jetzt Geht's ich markiere hier also den habe ich auf jeden fall die k7 hier da denn ja die tolle und kassi hier und ich habe zu spät aber schon weg voll verzogen wieder nicht 21 alles gut die tagli und ladimir ich stelle die stadt ja zu gut wie kann ja dann überhaupt nichts auf die reihe bekommen sogar die zweite halt und diese an heute wenn die bei uns zumindest mal das ist mit dabei aber ich bin eine katze und ich will das sehe ich anders das ist blöd jetzt das war leider nicht hat jemand die kontakt kann haben in der rotation ja wirklich ich habe höchstens video handy aber das richtig umgehen dafür bleibt doch mal entspannt das ganze hier beim fenster wo du kapital gemacht da sehen wir es raus dass er kann dann fenster aber noch draußen auf dem vortrag weiter weg Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bomben sichern. Ich bin gerade dabei. Ja, hier und dann wird die Bombe lokalisiert. Geiße. Ich hoffe, das war einer von unseren Leuten. Das ist jetzt nicht wahr, die Sophia an dem Fenster, an dem offenen. Ja, ernsthaft, das offene Fenster ist eine Speisesache, das ist eine Speisesache. An der Votation. Ja. Ja. Schöpfe 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 Das war's. Ein Operator des eigenen Trucks verbleibt. Ja, bei W gerade durchgeruscht. Ein Gegner verbleibt. Rechts in den Schrank. Geht er dir? Ach, Mann! Ach, nein! Hey, komm doch, die sind zu dritt. Nur noch. Wenn er nicht zurückkehrt. Das war ja nicht rechtzeitig. Das war ja nicht rechtzeitig. Ja, hat es gereicht? Ja, ja, die Frage war es rechtzeitig noch. Ja, jetzt dauert das wegen dem so lange. Nein. Mann hat da das Spiel gecrashed damit. Ja, das ist jetzt genau in dem Auswahlbildschirm rein. Ja, das dauert jetzt wieder ewig, weil der, wie gesagt, genau in dem Moment reingekommen ist. Überhaupt nicht sicher. er konnte nicht mehr rechtzeitig vielleicht Tächten vielleicht? ja dann sind die hier an die tür schön ja war ganz wichtig ja doch nicht ja sehr schön leute und jawohl 333 jetzt sind sie wahrscheinlich nicht wieder zu viert Vielen Dank. So, dann spielen wir das ganze Spielchen ein bisschen nochmal. So, dann können wir erstmal hier sitzen. So, dann können wir das ganze Spielchen ein bisschen. So, dann können wir das ganze Spielchen ein bisschen. So, dann können wir das ganze Spielchen ein bisschen weitergehen. Das ist ein Kumpel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 schlafen wir wahrscheinlich wieder oben oder ja oben das ist die kohle Entschärfer muss zurückgeholt werden. Intera, scheiße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Er hat mal was beigetragen, der Arnold. Ja, zwei Mann habe ich jetzt geholt, in der Runde. Das sieht so aus, zumindest haugen. Natürlich eindeutig, ja. Ich mache eh immer Anhaltung. Ja, jetzt lass es das Ding versuchen zuzumachen. Jetzt bin ich natürlich mal nix reinbekommen, aber dieser... Die werden jetzt irgendwas probieren. Wie gesagt, mit den zwei Leuten, die so da... Die zwei Leute, die sie jetzt drin haben, noch die... Die zwei starken... Beide eigentlich... Aber wie gesagt, lass mal versuchen... So, warte mal, wir müssen orientieren, gar nicht hier. Ja, da ist eine Rotation rein oder so hier. Ja, das ist ja toll. Großes Fenster wieder. Da steht das Radio. Weiß ich jetzt. Ich höre sonst nichts. Das war zumindest mal der erste von denen. Das war der zweite. Oh, scheiße. Scheiß Miene. Ich will auch mal was tun. Die haben ein bis zwei weniger gehabt. Die ganze Zeit. Aber wir haben es trotzdem gewonnen. Egal. Und das war, wir haben bis zum Ende durchgezogen. Ja, das war jetzt wichtig. Der erste von denen war relativ schnell weg. Der zweite dann auch irgendwann. Und dann hast du es ja schon sehr empfindlich getrunken. Ne, aber Bravo-Pack durch meinen Battle Pass. Ne, nicht mit drei Prozent. Ja, na klar, auch alle schon machbar. Sie hat mit 97 Prozent nichts gehabt. Das stimmt wohl, ja. Wir haben es gleich.